Hallo liebe Freunde des Morbiden Rumors und willkommen zurück zu Life Goes On. Das Leben geht weiter. Hier in diesem Level, äh, hier komme ich wohl nicht runter, aber hier komme ich runter. Wahrscheinlich sterbe ich. Nein, hey, ich sterbe nicht. Da kann ich da rechts öffnen. Und da kann ich das hier ausschalten. Okay. Gut, jetzt komme ich erstmal hier rüber, kann sterben. Sterben ist immer super, aber wenn ich jetzt halt runterfalle, dann bin ich ja tot, ne? Quasi. Nö, bin ich gar nicht, guck mal. Aber das reicht nicht, um da hochzukommen. Vielleicht so? So ein bisschen extra Schwung, weißt du? Fump? Ja, ah, hält sich sogar fest. Allerdings nur von einer Seite. Hm, warum nur von einer Seite? Da bin ich enttäuscht. So, was haben wir hier oben? Einen Checkpoint. Sehr schön. Und das Spiel hängt. Hallo, Spiel. Ah, jetzt. Okay. So, was kann ich hier tun? Hier kann ich das hier drehen. Okay. Und hier kann ich... Aha. Ich schätze mal, ich brauche da rechts, so wie das aussieht, einen Eisblock. Und den kriege ich da rüber, indem ich das hier so mache. Schätze ich mal. Runter mit dir. Und dann hochschwingen. Hui, und... Ah, puh, Glück gehabt. Ich dachte gerade, das würde nicht reichen vom Schwung her. Aber es hat gereicht. Sehr schön. So, komme ich jetzt da irgendwie selber... Ne, muss ich gar nicht, oder? Ich kann doch hier... Ich kann doch hier runter, genau. Aber komme ich da rüber? Ich weiß es nicht. Ups, so nicht. So klappt das schon mal nicht. Aber... Habe ich jetzt da... Ach so. Das ist nur ein Hintergrund. Okay. Alles gut. Alles gut. Und... Da oben ist das Monster. Hm. A+, doch so viel. Sehr gut. So. Und, okay. Um ehrlich zu sein, wenn ihr euch wundert, ich kannte den Level schon. Ich habe hier nämlich gestern eine Stunde lang aufgenommen mit zwei Mikrofonspuren und null Spieltonspuren und deswegen habe ich gestern eine ganze Stunde umsonst gespielt. Ja, deswegen gab es auch gestern Gothic oder vorgestern. Hm, vielleicht beides. Ich weiß noch nicht genau. Schauen wir mal. Äh, jedenfalls... Aber keine Sorge, mein Gedächtnis ist relativ schlecht. Und deshalb weiß ich hier nicht mehr so exakt perfekt, was hier alles gefordert ist. Ah, guck mal. Das kann man hochheben. Mhm. Was ist hier? Ah, der Tod. Den hätte ich da nicht erwartet. Wobei, doch eigentlich schon. Okay, das heißt, ich muss hier offensichtlich, denke ich mal, einen Eisglocken nehmen. Nee, warte mal. Oder? Ich halte jetzt einen Eisglock hinschieben. Genau, dann fliegt der hoch und die Plattform geht hoch. Das Problem ist nur, ich kann ja nicht auf dem Schalter hier links stehen. Aber da oben ist so ein Dinger, der nach links geht. Der nach links schiebt. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich so einen Block da rein tue. Ist das ein Schalter? Ah, ja, genau. Siehst du, da ist nämlich ein Schalter. Und jetzt kann ich hier sterben. Sehr schön. Ja, dann gehen wir runter und fahre mich mal hoch. Und dann... Uah, da oben ist das Monster. Ah, das Monster. Ich will zum Monster. Ich will zum Monster. Wie komme ich da hin? Zum Monster komme ich... Das sah ein bisschen zu hoch aus gerade. Ich werde es mal so. So. Und runter mit dir. Und du bleibst mal hier. Ja. Nicht, nicht, nicht. Verdammt. Was war das denn? Ah. Naja, vielleicht... Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Okay. Alles gut. Vielleicht kann ich auch einfach... Ja. Ich kann auch verspringen. 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 Ich komme hier nicht wieder runter, ne, ich komme hier nicht runter. Ich muss hier also das, komm mal da links, dann komme ich nicht hin. Ich würde ja gerne sterben, aber ich kann nicht. Aber wieder runter komme ich da links auch nicht, also okay, dann muss ich halt wieder hier hoch. So, brauche ich das? Ich brauche das doch bestimmt, oder? Guck mal da links, da. Kann ich doch mit Totenrittern das Ding aktivieren? Ja, einwandfrei. Wenn das funktioniert, kann ich denn, äh, ah, da oben ist Strom, gut zu wissen. Tja, da kann ich ja eigentlich nur versuchen, da rein zu schießen und hoffen, dass das aufwärts treibende Feld die Trajektorie nicht zu sehr verändert, aber es hat geklappt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin begeistert. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Aufwärtsfeld, ein Abwärtsfeld und ein Monster. Ich will mal zuerst das Monster füttern. Haps, ja, sehr gut, dass das funktioniert. So, komme ich da rechts in den Strom rein. Ich muss ja, ich finde es nicht mal da links auf dem Schalter drauf, aber ich denke mal, wenn ich da direkt drauf haue, na, da fang ich ja nicht zu schnell, als es durchkommen könnte. Also, damit, genau, damit kann ich schon mal das eine Feuer ausschalten. Okay, komme ich denn jetzt nicht so nach oben irgendwie? Nee. Brauche ich dann wahrscheinlich das hier. Ähm, aber halt so nicht, sondern ich brauche mehr Horizontalimpuls. Vielleicht so? Nein, tiefer, tiefer, viel tiefer. Vielleicht von hier aus? Vielleicht von hier aus, ja? Das war dann wohl ein Nein. Okay, vielleicht dann doch eher hier oben. Nein, nicht hier oben. Dann, äh, vielleicht so? Nein, auch nicht. Brauche ich beide dafür? Ähm, ich weiß nicht. So vielleicht? Ah, das sieht doch gut aus. Wenn auch etwas chaotisch. Ey, das war so knapp. Das war so knapp. Ein bisschen hoch? Genau, sehr gut. Und jetzt, Freifrau Monika, die war die Elda, opfert sich, um Veronika Rudd den Weg ins Ziel zu ermöglichen, wie ich doch sehr hoffe. Äh, was ist das da oben? Das geht nach unten, ne? Aber wie komme ich denn dann? Komme ich da? Ich komme da überhaupt nicht hoch. Ich werde ja hier direkt wieder runtergedrückt. Aber ich kann doch bestimmt... Was ist hier links? Okay, da komme ich nicht drüber. Aber hier rechts? Ich werde mich bestimmt drüber schießen, oder? Vielleicht so? Oh, komm schon. Kann ein Toter denn auch den Pokal einsammeln? Nee, warte mal, ich brauche... Weil ich so schnell nach unten gedrückt werde, brauche ich mehr horizontalen Impulse, ne? Nicht mehr vertikalen. Äh, ja. So viel dazu. Vielleicht muss ich doch ein bisschen näher ranfahren. So. Könnte das funktionieren? Kann da ganz knapp dran vorbeifießen. Tja, das war dann wohl zu knapp. Oh, kommt schon. So. Ja. Roxy hat es geschafft. Wenn auch in ihren letzten Atemzügen. Sie hat es geschafft, das Level zu beenden. Und wir haben hier einen Haufen von 22 toten Rittern. Mit Elfen wäre es auch gegangen. Ist egal. Joa. Aber ich würde mal behaupten, dieses Level schauen wir uns nächstes Mal an. Denn die Folge ist wieder zu lang. Eigentlich nicht. Neun Minuten. Ach komm, ich mache den auch schnell. Was soll's. So. Ich kam hier links, rechts, links, rechts. Äh, nicht links, rechts, sondern oben, unten, oben, unten. Ähm. Ich muss da unten durch. Hm. Komm ich da rüber? Achso, komm ich da rüber. Okay. Komm ich hier. Hepp. Nein, das funktioniert so nicht. Das klappt eh nicht, glaube ich. Da so rüber. Ne, das reicht nie im Leben. Die Frage ist, wie kann ich hier hoch und runter? Ich müsste ja quasi hier oben stehen. Achso, warte mal. Ist das da oben Strom? Ja, das ist Strom. Okay. Keine weiteren Fragen, euer Herr. Jetzt wieder hoch. Und wieder runter. Ah, und jetzt ist das Feuer aus. Sehr schön. Gut. Dann erstmal den Checkpoint aktivieren, bevor ich hier irgendwas tue. Okay, damit setze ich das Band in Gang. Damit stacheln. Ich denke mal, ich muss da unten in der Mitte den Schalter betätigen. Da, wo das Feuer rüber schwacht. Genau, jetzt ist es nämlich aus, das Feuer unten in der Mitte. Wow. Moment, da muss ich ja aufpassen. Das geht ja wieder an, wenn ich das Band bewege. Und wenn ich... Was passiert, wenn ich das zu lange mache? Dann wird da gebrutzelt, aber es passiert nichts. Okay, alles gut. Gut, dann brauche ich mal die Stacheln. Und eine Leiche. Achso, ja, natürlich. Wenn ich das jetzt zu lange aktiviere, dann wird meine Leiche links ins Feuer hochgezerrt. Das ist nicht so gut, weil die dann natürlich verbrannt wird. War das so klug? Naja, ich kann ja einfach mal den hier machen, ne? Hier am oberen Feuer vorbei. Da bin ich ja dann erstmal sicher. Dann muss ich halt gucken, dass das links nicht zu sehr hoch geht. So sollte das doch funktionieren, oder? Genau. Und jetzt nach unten mit dir. Und... Ja, 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 ja. Nicht links, rechts. Rechts ist offen. Ja! Der Sohn des Jim hat gesiegt. In einem Pyrus-Sieg, sozusagen. Oder ein Pyrus-Sieg? Keine Ahnung, wo das ausspricht. Pyrus, Pyrus, ich weiß es nicht. Ich schaue das nicht mit P, H. Ich schaue das ohne H. Da ist ein Pyrus-Sieg. Nun denn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Äh... Ich hoffe, ich habe diesmal die Aufnahme nicht wiederverkackt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin! Ich hoffe, es hat euch gefallen.